Hey Leute, willkommen bei einer Runde Syndicate Games auf dem Multicube.net-Server. Am Anfang ging die Aufnahme kurz nicht und deswegen sind wir mitten im Spiel drinnen. Und vielleicht ist euch gerade aufgefallen, dass mein Skin ein bisschen anders ist. Und ja, wir schauen einfach mal, ob wir den deutschen Gegner hier besiegen. Wir haben kurz geschrieben, weil wir natürlich erst Englisch schreiben, ist ja klar, ist immer. Hier auf so englischen Servern, sag ich mal. Und mein Skin ist anders, seht ihr vielleicht so, wartet mal. Also er ist ein bisschen intensiver und ein bisschen heller. Und die Haare halt fallen auf. Und das finde ich eigentlich recht geil. Ich muss schauen, wo der hier ist, damit ich suchen kann. Und ja, also es ruckelt hier schon extrem, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was das liegt, ne. Es ist einfach Fraps, Fraps, die alte Pottsau, sag ich mal. Ja, genau wie Minecraft. Fraps ist wie Minecraft. Oder es ist doch nur Minecraft, ich weiß nicht. Das ist die Ender Chest. Da komme ich nicht hin. Und das Spielprinzip von Syndicate Games ist eigentlich, man muss den Gegner im One-Wass-One töten. Und da hinten habe ich ihn gesehen. Okay, mal schauen, ob er uns gesehen hat. Er hat bestimmt bessere Ausrüstung, weil ich ein bisschen rumgetan habe. Oder ist er? Ich muss den flash, der flasht ihn quasi und er sieht dann nichts mehr. Und jetzt kann ich ihn ruhig töten. Aber ich habe es selber abbekommen. Er ist da oben. Oh, das ist 1 vs. 1 Survival Games quasi mit Kisten und ich habe gewonnen. Und, uh, das war kurz spannend. Aber, naja. Das ging eigentlich ganz locker. Mit dem Flash funktioniert es nicht so perfekt. Aber, oh, er hatte kein Essen. Naja. Aber wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. So, jetzt sind wir in der zweiten Runde. In Desert Town. Davor war es Floating Island. Und wir schauen einfach mal, was wir bekommen. Hier ist der Start. Und es sind verschiedene Items in den Kisten. Am besten natürlich ist ein Schwert, weil die Map hier ist verbunden. Das heißt, man kommt ziemlich schnell zu dem anderen hin. So, die Schwerte bei euch. Wieder meine Mütze hier aufsetzen. Und, naja. Hier, Doppelkiste könnte gut sein. Jo, Pfeile. Ich bin im Bogen ja ganz gut, wie ihr vielleicht wisst. Und, naja. So, hier gibt es keine mehr. Aber ein Schwert ist... Also ein Holzschwert hier bin ich schon mal gut ausgerüstet. Aber es gibt natürlich auch Steinschwerter. Was es nicht besser macht, wenn er eins finden würde. Oh, da hinten ist er. Wir müssen über die Häuser zueinander kommen. Oder... Ähm, ja. Über den Weg hier, glaube ich, geht's auch. Da muss man vorsichtig sein, weil er könnte jeden Moment kommen. Und auch mit einer Flash Grenade auch kommen. Ah. Uh, Helm. Besserer Helm. Oh, da war noch Pfeil und irgendwas. Ja, der scheiß Helm bräunig. Ein zweites Schwert, falls ich eine Fail-Verzauberung hab. Ja, ja. Hunderte Schwerter. Warte mal. Bin ich jetzt völlig dumm eigentlich? Warum geh ich nicht hier rüber? Ah, da ist er. Ein Gegner. Oh, das wird... Das wird spannend. Oh, er hat gewonnen. Er hat den letzten Hit noch geschafft. Und GG. Und wir sehen uns dann in der dritten Runde gleich. So, jetzt sind wir in der Overground Map. Und der letzte Gegner hat noch geschrieben, dass er eineinhalb Herzen hatte. War ja klar. Es ging nur um den Hit. Und ich hab nicht so gut aufgepasst. Ist halt... Lol. Das heißt, der ist gleich hier. Irgendwo. Eigentlich. Eigentlich. Aber der ist eigentlich genau Schreck von mir. Komm, wir haben einen Steinschwert. Wir gehen instant drauf. Wo ist der? Wir müssen hier aufpassen. Das ist so komisch, die Map. Okay, da ist er. Ja, komm, den kriegen wir. Bam. Gewonnen gegen... Wer war das eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht schreibt er noch in den Chat. Und ja. Das war eine sehr schnelle Runde. Wie man sieht, es kann etwas länger dauern und kürzer. Und wir sehen uns dann in der letzten Runde. Wir sind auf der Map. Death Island. Good luck, schreibt Dirtz. 2000. So, es geht schon los. Man muss immer beachten, es geht nicht direkt bei Null los, sondern noch ein, zwei Sekunden danach. Und ja. Ja, ich habe das Essen nicht mitgenommen, ich weiß. Aber die Map ist ziemlich klein. Und deswegen suche ich mal schnell ein Schwert lieber. Weil sonst habe ich... Gleich verloren, wollte ich schreiben. Aber meine Dummheit besiegt alles. Meine Dummheit besiegt alles. Ähm, ja. Ich hänge am besten noch eine Runde dran, damit es nicht so peinlich wirkt, Alter. Dieser Fail, Mann. Wir sind auf der Winter-Map und schauen einfach mal, was wir schaffen. Und was ich noch kurz ansprechen wollte. Jans World spielt gegen mich, dass ich, ähm, ja, keine Videos mit Ton gemacht habe. Ich habe zwar viel vorproduziert, muss ich sagen, aber, ja, ich war für zwei Wochen lang quasi krank. Weil ich hatte so einen Schnupfen, merkt man ihm ja auch noch ein bisschen anhand meiner Stimme. Und, ja, das war ziemlich scheiße. Deswegen habe ich so kleine Clips gemacht. Auch das, ähm, die Montage. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, dass, ähm, noch ein bisschen was vorproduziert ist. Das heißt, ähm, ja, total aus dem Zusammenhang wahrscheinlich gerissen, was ich laber und so. Weil es wirklich ein paar Wochen sogar schon alt ist. Wirklich, ähm, aber ich hatte sowas von Glück, ähm, dass ich vorproduziert habe. Weil sonst hätte ich, ähm, zwei Wochen lang keine gescheiten Videos bringen können. Was, das wäre ziemlich blöd gewesen. Oh, wie jetzt, Alter. Okay. Gegen Jans World. Oh, oh. Also ein Schwert haben wir, keine Rüstung. Die Map ist ziemlich groß. Ich mag die Map, muss ich sagen. Und, ja. Wir suchen einfach die nächsten Kisten. Hier habe ich irgendwie Namen gesehen, aber. Tja, da hinten ist er. Oh, Mann, dreh dich halt um. Oder er ist geflasht. Könnte auch sein. Nee, ich glaube nicht. Ja, doch, der ist geflasht. Das ist die Chance für mich. Ja, bäm, so geht das. Erst flashen und dann abziehen. Bäm. Also das war's dann mit Syndicate Games. Und ich finde das eigentlich ganz geil mit dem 1 plus 1. Ähm, das Equip könnte stärker gemacht werden. Aber sonst ist eigentlich ziemlich geil der Modus. Ist halt von so einem YouTuber selber gemacht, der auch Syndicate heißt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lasst doch eine positive Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Und, ja. Das war's dann. Ciao, Leute. Und haut rein. Das war's dann.